hey leute was geht ab hier ist die nadu ich bleibe nur nach hause ich werde dazu gezwungen das video zu drehen heute ist die albaniengruppe mit dem rm song dran und die nehmen auf jeden fall ein sehr sehr krasses lied auf leute bleibt gespannt rm 2024 herein was macht der schon wieder hier erstmal hallo herzlichen willkommen zu der albaniengruppe ich weiß nicht wie der typ das schafft bei jeder konkurrenz dabei zu sein bei deutschland albanien was machst du schon wieder hier oder ich will einfach nur nach hause ich kann nicht mehr ich würde sagen wir gehen mal in studio und gucken erst mal während es dabei ist sehr komische sachen passieren hier aber ich hoffe dennoch erwartet uns ein geiler song und wir zeigen euch mal jetzt erst mal die gruppe wir haben hier erst mal den kubik was geht ab leute baseli wisst bescheid die schweiz muss auch nach deutschland kommen irgendwann die repräsenten heute aber albanien bruder mich kennt er doch oder da ist der bigi leute ich bin hier albanien song wir nehmen alles auf der rechten seite haben wir alinda alinda aus berlin und die erste albanerin bei icon okay was nehmen wir heute auf den albanien em song wir haben gesehen auf tik tok ihr habt da ein bisschen auseinandergenommen mit den kommentaren leute ich habe nur albanien flagge gesehen überall okay und das wichtigste wie baut ihr den song auf weil wir sind mal ehrlich albanien hat dieses ja leider nicht so gute chancen ist ein sieger der herzen schon jetzt gibt es kein verlieren bei uns wir haben gar nicht verlaubt wie dem motiviert die alle sind aber ich hoffe der song und wir haben natürlich wieder beat sets am start der jedes mal uns begleitet bei der projekte und wir sagen na jena campiona wir sind champions harte gruppe aber mit diesem song gewinnen okay die zusammenarbeit mit meiner gruppe läuft eigentlich sehr gut die alinda hat eine brachiale hoch gemacht können fast külfersilie sagt külfersilie sagt külfersilie külbik külbik auch geile part und ich habe auch mein nachter geliefert so wenn es euch gefällt was passiert hier ich habe keine ahnung ich weiß was ist dein bruder meint weil die stimmen Du bist einfach zu verschieden, weißt du nicht? Ja, ja, ich bin zu, wie heißt das? Brachial, Bruder. Du bist halt so mehr sanft und so, weißt du? Und bei dir ist das hier so dreckig, sag ich mal, ne? Darf ich etwas machen? Darf ich ein Intro sein, wenn ich... Nein, mach ruhig, Leute. Wir müssen ja nur eine Aufteilung finden, die... Ja, die Sinn macht, Bruder. Ich weiß ja nicht, der hat eine sanftere Stimme, glaub ich mal. Lass das mal ausprobieren. Wir haben ja dann alle drei Spuren, dann können wir rumspielen. Ob ich zufrieden bin mit dem Song, also nur schon, dass ich drauf bin und dass ich bei dieser Chance für Albanien einen EM-Song zu machen mitwirken konnte, ist ehrlich geisteskrank. Also ihr werdet es sehen, aber das ist ein geisteskrankes Lied geworden, ehrlich. Das ist ehrlich sehr krass geworden. Hier noch zwei Bars, Bridge. Weil diese eine Stelle hier, Bridge, finde ich eigentlich voll geil. Wo ist die? Hier am Ende. Die Flüte? Genau, da könnt ihr so ein bisschen... Ihr müsst vielleicht nicht Text singen, aber vielleicht... So ein bisschen... Melodieren. Sie kann da auch mitmachen. Dann... Weißt du, Freund? Und dann werdet ihr am Ende richtig lauter, ne? So ein bisschen, ja... Weißt du was? Ja, ja, doch. Geil, aber... So nimmt sich keiner von euch gegenseitig was weg und dann hat jeder seinen Spot so, weißt du? Ja, ja. Lassen wir die Hook von Alinda komplett. Ja. Ja. Für die what? Mach die für Alinda, Duke. Mach die für Alinda. Mach die für Alinda. Und da kommt die... Karibik. Ah! Kubik! Karibik! Ich heiße neul. Karibik. Wusstest du noch nicht? Wir wollten jetzt nicht viele Fußballspieler erwähnen, weil es ist ausgelutscht. Wir haben 2024 nicht 18. Sind wir mal ehrlich, Bruder. Weil Albanien einfach nicht die Gruppenfass überlebt. Bruder, hat doch nicht angefangen. Warte doch mal. Siegerherzen. Bro, Italien, Kroatien, Spanien. Egal, Bruder. Albanien. Wie? Einfach Albanien? Wir machen das, Bruder. Einfach Albanien. Einfach Albanien, Bruder. Du musst dir ja vorstellen, Bruder. In diesem Team sind Albaner. Ja. Und was sind Albaner? Albaner. Das heißt, Bruder, es kann nur nach hinten losgehen. Nach hinten? Du meinst? Ich mein, die Stürmer. Abwehr geht nach hinten und wird alles verteidigen. Achso. Du bist ein bisschen verwirrt. Ich geb dir was zu essen. Guck mal, hier. Hab ich hier leckere Edemame für dich. Krass, Hüpfer. Das ist... Das ist Krass, Hüpfer. Das ist Edemame. Was? Hebamme? Edemame. Edemame. Na, Edemame. Probier mal, probier mal. Bruder, alles was grün ist, fass ich eigentlich nie an, Bruder. Nein, Bruder. Einmal Edemame für die Kamera, komm. Das ist lecker. Nein, Bruder. Trinken, sag ich. Es mal. Bruder, das sind Krass, Hüpfer. Bruder, nachher springt mir was in mein Gesicht grad da rauf. Nein, probier diese Edemame. Wie ist man die denn? Einfach so und dann abziehen. Ba, Bruder, das sind Haare. Nein. Nein, Wallabina, nein. Das sind keine Haare. Bruder, das sind Haare. Das sind Haare. Das sind keine Haare. Ba, das sind Haare. Nein. I. Keine Haare. Nein. Das sind Haare wie diese... Wie was? Wie heißt die? Ba, wie Kiwi. Nein. Nein. Das sind Haare, Alter. Probier nur ein. Nein. Witze. Nein, Mann. Du musst abziehen. Da sind so Dinge ins drin. Erbsen. Du hast... Du sollst die Hülle nicht abbeißen. Hä? Du sollst die Hülle nicht... Du hast jetzt Haare. Du isst Haare grade. Guck mal, du! Du isst Haare grade. Ah! Bruder, Bruder! Ey! Ah! Ich schwör auf meine Mutter, wer das ist, ne? Der soll mir entfolgen. Bruder, ich fühl keinen Freund damit, Bruder. Ekelhaft, Bruder. Ey, der tut doch... Das schmeckt nach Klor. Bruder, wer bestellt sowas? Kübi, Kiki, Mama, Platz, ich geb Vollgas. Na Wiener, mehr Gang, na du kimmst die Rasta. Es klasse, Mats Schwarz haben voll Tanker, Mama, Doren, Semmerei, Dech, Zehn, Aba, Sch... Schweizerland. Wie willst du mich nennen? Wie willst du mich nennen? Hallo zusammen, ich bin der Kübi, ich komme von Basel. Ihr wisst ganz genau Bescheid. Alle Schweizer, kommentieren. Schweizer. Abonnieren. Likeieren. Teilen. Die Zusammenarbeit mit meiner Gruppe war geisteskrank. Es hat richtig viel Spass gemacht, also... Ich hätte echt nicht erwartet, dass es so viel Spass macht, aber der Vibe hat total gepasst. Und ich wusste ganz früh schon, dass dieser Song ein Hit wird. Also ich mach... Was sagst du, Bibi? Was sagst du für ne Meinung dazu? Oder wie machst du das? Alles super. Alles im grünen Bereich. Alles top. So wie die denken, ist cool einfach, Bruder. Alles easy peasy. Naja, aber ist gut. Ist gut, Bruder. Dann tu doch mal Ideen rein, Bruder. Also würdest du auch. 6,6? 6,6. Wenn du das gemacht hättest... Aufdruck, Bruder, lass mich mal da rein, okay? Lass mich da rein. Aber da passt auch. Okay, komm da auch. Das ist beeindruckt. Stark. Du bist wieder alleine, du bist wieder alleine gelassen. Wie Ayla. Ich bin immer alleine. Oh, ja. Ayla, tschau, Ayla. Hast du was gesagt? Die soll das Video gar nicht sehen. Die soll das Video gar nicht sehen. Nein, zick die Kuh hier ab. Na komm! War die nicht im Livestream bei dieser Reaction so? Der Ayla? Boah, der macht doch ein Thema auch. Wann? Nein, nein, das wird rausgeschnitten mit Ayla. Ayla, du kriegst nichts. Thema zu. Thema zu. Oder wer ist Ayla? Ich weiß es nicht. Boah, der war richtig stark. Poet. Waller Poet. Also ob wir unser Land, Albanien, sehr gut repräsentieren konnten, das werdet ihr definitiv sehen, was meine Meinung ist. Die Leute werden Vorle und Schota tanzen die ganze Zeit durch die ganze Gegend. Was ist Vorle und Schota? Vorle und Schota. Das werdet ihr beim Musikvideo sehen. Ah, ist das so was wie Halay oder was? Das ist so in der Art Halay, aber cooler. Wo sind meine Türen, wo sind meine Türen? Theoretisch. Auf jeden Fall aktuell, die Stimmung ist am Tiefpunkt. Wir sind jetzt gerade, wir müssen jetzt ein bisschen Dramatik aufbauen für das Video. Ich glaube nicht, dass der Song was werden wird, Leute. Also das ist jetzt ein O-Ton sozusagen. Ich glaube nicht, dass der Song was werden wird, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nein, wir sind gut dabei auf jeden Fall. Wir machen nur eine kleine Absprache, wie der Part jetzt hier abzulaufen hat. Da müssen sich natürlich alle Künstler immer einig sein und kriegen wir auf jeden Fall hin. Wird auf jeden Fall ein geiler Song. So eine Kopfstimme, ne? Ja, so ein bisschen so. Ob wir die Thematik getroffen haben und das Land gut repräsentiert haben? Ich denke ja, wir haben so jeden Bereich ein bisschen abgedeckt. Wir haben vor allem diese Vibes im Sommer aufgegriffen, wenn man in den Urlaub geht. Das ist ja immer so dieses Highlight einmal im Jahr im Sommer. Einfach gute Laune, Party und so. Die Mädels ein bisschen habe ich thematisiert und die Jungs, die Jungs. Und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft. Ich denke, ey, kriegt die? Wow! Mamanangai! Ey, was soll? Die ist weg, Bruder. Post die, Bruder. Die ist weg. Kralas, Bruder. Hatte ich erlebt, Bruder. Danke dafür. Die hat mich... Drei Tage. Kennst du das? Drei Tage bis Nase... Ne Laudriss. Aber hast du Namen gegeben, jetzt ehrlich? Nein. Ich wollte keine Beziehung aufbauen. Damit die Trauer nicht... Wie heißt die? Ja. Fried, ich bin лет alt mit NEGU. Ehrlich? Ja. Wie sagt die? Ja, wir sagen auch. Aber ich sage mit NEGU. Weil du aus Fili sei bist, oder? Dezchan. Dezchan? Zero zu drei. Zero zu eins, Bruder. Was sagt ihr? 0-3 oder 0-1. Ihr müsst entscheiden, Leute. Tigri, ihr wisst Bescheid. Es kommt krass. Ob der Song besser wird als von den anderen? Was ist das für eine Antwort? Wer Nein sagt, lügt. Stimmt das, Herr Produzent? Er ist neutral. Wegen Befangenheit kann ich mich dazu nicht äußern. Naja, aber man muss ja auch irgendwie selbstbewusst sein und unter dem Song stehen. Deswegen sage ich jetzt mal Ja. Es gibt Leute, die sagen vielleicht Nein und so, aber es ist trotzdem ein Ja. Das ist Herr. Was sagst du? Das ist es einfach. Das ist es. Das war jetzt mein zweites Projekt hier bei ICON und es ist wirklich Bombe geworden. Streamt den Song überall. Ich möchte TikToks damit sehen. Ich möchte Instagram Stories damit sehen. Checkt unsere Profile ab, das ist erst der Anfang. Ich hoffe, wir konnten uns alle gut darstellen. Wir erwarten eine große Unterstützung von unserer albanischen Community. Und ich hoffe, ihr seid stolz auf uns und das, was wir geschaffen haben. Hey Leute, wir bestellen was zu essen. Sushi oder italienisch? Italienisch 100 Prozent. Wer kann Sushi essen? Oh mein Gott. Wird das unser erster Beef? Was willst du? Kebab. Kebab. Sushi oder italienisch? Ich komme aber italienisch. Wir können auch grün, Bruder. Ich denke an Gemüse. Bei Sushi, ich esse einfach Blätter. Ja. Welche Bestellung Nummer? 100. 45. 100. 1.900. Äh. Ja, da ähm. Mein Kollege. Ich rufe meinen Kollegen. Hallo? Ja. Hallo? 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 Ja, äh. Oben. Oben kommen Pizza. Nein, Sushi. 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 Komm oben. Ja. Komm oben. Aha, hier? Ja, hier. Wow. Oh mein Gott. Ja. Was die Albaner mit dem Song auf TikTok machen müssen, Sushi. Ihr wisst es. Ihr müsst durchdrehen. Sounds machen. Und dann die wunderschönen Frauen. Ihr wisst es selber. Der Sound macht euch schöner sogar. Freut euch. Ich sag euch ehrlich, freut euch. Wir haben nicht nur ein geiles Projekt gemacht, sondern wir konnten auch in die anderen Projekte reinhören. Und ich sag euch ehrlich, ich hatte Gänsehaut bei allen Songs. Also es sind ehrlich sehr kranke Songs, die auf euch zukommen. Kandal, Baby, Kandal. Heute noch bin ich wieder mal da. Big Boy mit Reksona. Pretty Big Boy Jeschka. Oh, no. Big Boy, ha? Oh, no, no. Geil. Checkst du den Film, mein Bruder? Mama, je rie, tropese Madonna. Bleib ein Bandit, für sie macht es Pom Pom. So mach ich. Ich spiele nochmal. Oh. Bleib ein Bandit, für sie macht es Pom Pom. Das war das. Das war das. Das! Das war das! Streamen natürlich, hoch und runter streamen. Ja, wenn die nach Kosovo fliegen, diese Airpods tragen. Diesen Song streamen, einfach nur streamen. Liebe da lassen, Song, TikToks, alles posten, alles machen. Und ja, wenn euch gefällt, ist es cool. Wenn euch nicht gefällt, ist es natürlich nicht cool. Aber alles im grünen Bereich für diese Krashüpfer. Okay, Bizeps auch an dich Props, Bro. Ich zwar nicht, Bro. Hört ich zwar nicht, aber... Ich rede mit ihm, er weiß in dem Video dann Komplimente. Ja, genau. Gayle worship. Wall, 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 Wall! Guckt langesico! Ich habe einen Barschner, der ich dich nicht beschwingt, Ich habe einen Fjoll, Mann und Spirer. Der Mann ist wie die Blamur, der ich dich nicht beschwingt, der ich dich nicht beschwingte. Mama, ich bin ihr, ich bin sie Madonna. Ich bin die Bandit, ich bin der Morte. Ich bin ein Barsch, ich bin ein Barsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020